Die Sprünge sind ohne Sprinter definitiv never ever machbar. Das sind blammer. Nein. Die sind nicht machbar. Never ever im Leben. Du musst das erst einmal ausprobieren, um das zu bestätigen. Hab ich. Hab ich. Bin untergefallen. Ja. Wie komme ich jetzt wieder da rein ehrlich gesagt? Ja. Du musst wieder springen. Ja, aber wohin? Mach einfach Slashkill. Ja. Und nochmal da hoch. Du darfst in dem Turm keinen Sprinter benutzen oder draußen. Auf keinen Fall geht das. Das war mir schon klar. Ach du Arschloch! Du Arschloch! Was hast du jetzt davon? Ja, das ist dein Wichser. Äh. Echt jetzt? Ja, was muss man hier machen? LOL! Okay. Ja, easy. Das ist aber keine Herausforderung. Ich verstehe jetzt den Witz nicht so ganz, was man hier machen muss. Checkpoint. Ich auch nicht, Peter. Hä? Da? Hä? Achso. Ah. Nicht verstanden. Leute. Das hat er jetzt auch gemacht. Okay, Peter darfst du auch mal machen. Peter ist schon ein harter Bobby, ne? So ein bisschen. So ein bisschen schon. Also musst du wieder von unten anfangen, Peter. Ach Gott. Ja, hab ich doch gemacht, oder? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ich guck Peter schon zu. Mit der auch nicht cheatet. Keiner denn, Peter. Vorher gab es ja keinen Checkpoint, wenn ich das richtig verstanden habe. So, Peter, jetzt fall ich einfach runter. Was hältst du denn davon? Nein, da steht ja nichts von. Ich bin hier dreimal runtergefallen. Aber geht das wirklich, wirklich tatsächlich nicht, Urs? Nee, das ist nicht machbar. Hast du nochmal selber dran gezweifelt, oder was? Ja, jetzt ja sein könnte, dass das vielleicht doch geht, aber... Ah, jetzt hat Peter halt auch gemacht. Ja, hier bin ich gerade auch schon runtergefallen. Du bist halt ein bisschen kackig im Kopf. Ja, hier kann ich nicht springen. Ich muss so springen, okay. Peter ist ein bisschen kackig im Kopf, yes. Kopf, yes, yes, yes. Du musst jetzt nicht jeden Sprung nach oben gucken, da ist nichts. Nein, nicht jeden Sprung, nicht jeden Sprung nach oben springen. Das macht mir so viel Spaß. Peter. 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 Ach, weißt du, wie häufig du mich jetzt schon geschlagen hast? Du bist du miese kleine Wichs-Sau, ey. Wichsau. Peter, das macht dir doch so viel Spaß in der Lava zu baden. Nein. Du wäsch dich ja sonst nie. Ach, warte mal. Das ist ein ganz schöner Ass. Ein Asshole. Ein Asshole. Ein Asshole. Ein Asshole mit WHOLE. Ja. Oder Johnnies neues Wort für Hurensohn ist Horsan. Horsan? Ne, Horsan. Horsan. Horsan bist du ein richtiges Wort, oder? Ja. Horsan bist du ein richtiges Wort, oder? Son of a bitch, please. Können wir jetzt mal machen? Miesel Lappen. Ja, wenn Peter mal nicht so scheiße wär. Dann... Geh mal in den Lava schwimmen, Peter. Geh mal in den Lappen. Ach komm her, ich hol dich schon da weg. Pass mal auf, jetzt muss ich... Scheiße. Komm mal, jetzt gemütlich. Jawohl, zwei Sprüge noch. Ja, ganz easy. Einsprung noch. Ja, easy. Peter ist so ein Lappen, ey. Versuch mal eins. Peter ist ein Lappetje. Ich werd gemobbt. Peter ist ein Lappetje. Leider Lappetje. Peter ist ganz schön scheiße. Versuch nochmal zwei. So mega scheiße. So mega scheiße. So mega scheiße. Versuch nochmal zwei. Peter schafft den Sprung nicht. Eins, zwei, eins, zwei. Echo Delta. Versuch nochmal drei. Dame nach E5. Springer nach E5. Hehehe. Hier mach ich was falsch. Eko Delta, Justus. Bravo. Müsst du gerade aussprechen. Wir haben ein Problem. Ok, scheiße. Peter sind Kompetenz, nimmt zu. Wir haben nicht mehr viel Sauerstoff. E-mm, m-m, m-m, m-m. Hab's aber geschafft, bitch. Bravo, Echo Delta. Yes, bitch! Was willst du, bitch? Was willst du tun? Ich habe eine für sexy Matte. Ich bin ein echter Gangster. Was willst du tun? Wow, was war das denn für eine abgefuckte, krass schwere Challenge. Das steckt mich am Arsch. Geil. Boah. Tompeter schafft es nicht. Gerade noch so. Gerade eben geschafft. Ich frage jetzt, muss man in der Lava landen? Schon, oder? Ja, schon. Alles andere macht ja keinen Sinn. Wir sind gerade ein bisschen inkompetent, kann das sein? Ja, kein Ding. Alles cool. Alles easy. Alles fresh. Ne, so funktioniert halt nicht, Hadi. Was denn? Kann Bram nicht rein. So. Jetzt kannst du loslegen. Ja, Bram hätte den noch eh nicht benutzt. Nein, du Knaller. Die Tür ist beide, Brams Tür ist dann auch zugegangen. Die Tür ist beide, äh, die Tür ist beide, äh, Mama. Bitte, nicht so. Echo, Houston, wir haben ein Problem. Wie das Gehirn setzt aus. Nicht genug Sauerstoff. Dame, Dame, Dame. Was ist das denn jetzt hier für ein geiler Shit? Oh, das ist ja frech. Kannst du nicht drauf. Ne, man muss ja auch hier unten durch. Ja, da hast du ja richtig erkannt. Da, oh, 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 oh Hä? Boah, was ein Arschwechser. Warte, war die Leiter falsch? Ja, komm her, guck's dir an. Warte. Da hat er mich ein bisschen genutzt. Wie geil. Das ist also nicht die richtige Leiter. Nun gut. Checkpoint. Alter, der will mich doch verarschen, der Junge. Ist der Müller noch da drin? Ja. Nee, warte mal. Muss da, wo Peter ist. Das ist richtig. Das ist korrekt. Das kann nicht wahr sein. Ich hab den Schwung auf den Baum nicht geschafft. Ja. Alter, wie weit man zurück muss? Peter ist ein kleiner Stinker. Er hat es einfach nicht drauf. Mama. Guck mal, die beeil dich. Du musst nur mal über die Türen springen, ey. Bin dabei. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Peter hat die Türen nämlich nicht geschafft. Komm schon. Ja, er kann nicht schneller klettern, Mann. So. Erster Versuch. Den und drei. Komm schon, Peter, fahr runter. Erster Versuch. Dann ist Peter schon Loop der Woche, ne? Glaub ich. Wir müssen nicht mal Game-Moden, weißt du. Du kannst einfach richtig geil von hier aus sehen, ob Peter fällt oder nicht. Das stimmt. Jetzt kommt so ein Baum der Liebe. Der suckt ein bisschen. Der Tree of Love. Na, liebe Leute, gefällt euch der Ausblick? Ist ja nicht wunderschön. Jetzt müsst ihr alle schreiben. Ja, Hardy, der ist richtig schön. Danke, dass du uns diesen Ausblick gewährst. Habe ich doch gerne gemacht. Ja, guck mal, fährt er voll auf mal Rätsel jetzt. Jetzt springt man. Jetzt springt man. Dort sehen wir einen Peter-Peterus in seiner natürlichen Umgebung. Ein Baumkletterer vor dem Herrn. Ja. Ein Äffchen. Ich bin früher voll gerne auf Bäume geklettert. Ein Kackeschmeißer. Hallo. Du bist früher gerne auf Bäume geklettert? Ja. Wann hast denn das geträumt? Nein, wirklich. Da war ich noch sehr jung. Sehr jung? Du bist mit deiner Mama zusammen gerne auf Bäume geklettert, als sie sich an ihren Rücken gekrallt. So, Checkpoint. Checkpoint. Hiiii, uuuu, au. 10 und 3, Hardy. Achso, der erste. Ja, ja, das ist kein Problem. Kein Problem. Alles ganz cool. Ganz cool und ganz easy, bitches. Outsch. Hä? Wo ist der denn? Keiner Versuch. Ja, jetzt warte doch mal. Mach mal jetzt nicht so Stress. Nee, wir warten nicht mit Zählen. Ich spring mal von hier. Ach, fuck. Ach, fuck. Oh, guck mal, der, das ist der, lol. Üh, wei. Ja, alle total dumm. Oh, das ist jetzt aber, äh, und jetzt? Hier? Pff, ja? Sorry, Phee. Du hast recht. So, Bram, wir machen das jetzt. Ja, machen wir den da oben. Ja, genau. Hopp. Ach, Peter ist schon ein ganz schöner Stinker, ne? Hehehe. Ah! Oh! Peter muss auch immer zrollen. Ja, echt mal. Nee, warte mal, Peter. Wir müssen, das hier muss auf. Ja, ich weiß. Aber brauchen wir das jetzt wieder zumachen. Ach, komm schon. Fuck, was? Oh, jetzt fallt doch nicht immer alle runter, ihr Idioten. Das ist zu dritt nicht machbar hier. Das ist... Oh, leil. Ach, Gottchen. Boah, Bram, warum denn den untersten? Ja, ich musste... Ich konnte sonst nicht grad hochspringen. Alter. Oh, scheiße. Ach, ficken, ey. Ach, Hadi! Was denn, Mann? Ich bin ja gerade hinlang gesprungen. Ja, mach das doch mal jetzt. Ja, gerne jetzt. Das macht jetzt hier einfach. Das macht keinen Sinn. Das ist wirklich jetzt eigentlich nicht... Aber viel Treu-Potenzial. Ja, eindeutig. Das macht keinen Sinn. Ja, du hast mir auch einfach das Ding vor die Nase geknallt, Junge. Und nicht. Das stimmt wohl, übrigens. Kannst du nicht einfach sagen, das stimmt nicht. Fuck you, Hadi! Ach, komm schon. Jetzt macht das doch mal einer. Da können wir Stunden mit verbringen. Ja, das ist korrekt. Ja, gerade macht noch Spaß. Oh. Was ist denn da jetzt passiert? Da oben war die Decke. Nee, Hadi hat mir den unter der Nase weggezogen. Der Spacko. Aber Hauptsache, mach das doch mal. Ach, komm schon! Ich war schon so weit. Mann! Ja, krass. Ach. Ja, Peter macht halt jetzt gerade wenigstens einer. Ja, komm, Hadi, mach das mal. Ich meine, das ist jetzt nicht so schwer eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen halt nur zusammen machen. Ja, komm her. So, komm, jetzt den, den. Komm, du machst immer auf. Okay. Jetzt hin? Alles klar. So. 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 Boah, Checkpoint, ey, leg mir am Arsch. No. 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 Du bist jetzt nicht, der hat es auf der Router gefallen, oder? No. 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 Das wird dir jetzt auch passieren. Glaubst du doch selber nicht. Oh, den sollte ich wohl zusammen nehmen.